Ach ne, der rennt. So. So, gehen wir noch ein Stück. Oh, der Elektrohaini. Uiuiui. Ach, sollte ich ein wenig zurückziehen. So. Hm, last hit. Schön. Hm. Middle Tower under attack. Ah, das ist jetzt das Problem mit der Mana. Ups. Hey. Nicht aufkommen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja. Oh, ich habe einen Blick, hat er mich übersehen. Ach, was muss ich noch? Der muss hier einfach nur der Glitzer-Spur folgen. Dann geht das ja auch hier. Oh Gott, nee. Was bin ich eigentlich? Bin ich Support? Ich bin eine Mischung aus... Nö, ich bin eigentlich Support, oder? Ich bin jetzt so am Sehen hier. Okay. Shop. Was kann der Shop mir bieten? Was ich brauche? All Attributes. So. Fürs Erste. Und dann geht es... Ich glaube, unsere Helden-Einswahl ist nicht... Das ist sehr gut kombiniert. Ich glaube, wir sind ziemlich... Alle aus derselben Klasse. Nehme ich doch mal an. Das sieht sehr nach selber Klasse aus. Ich mache mich mal kurz. Das ist so blöd. Das ist einfach so blöd. 0,8 Heilung. Ich muss unbedingt mal ein Level aufstecken. Ich muss mich irgendwie mehr zurückhalten. Als Support. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich... Absichtlich Healer. Of course. Kann ja so nichts werden. Was mache ich hier? Ich klicke ins. Ich klicke Gold. Was habe ich das andere Ding geholt? Nee. Erstmal mehr Intelligenz. Auch Schaden? Deine Mitte-Tower ist unter Attacken. Regeneration 0,04. Oh, Helden-Level erzielt Punkte 2,5. Ja. Deine Mitte-Tower ist unter Attacken. So. Ich bin wieder da. Ja. Deine Mitte-Tower ist unter Attacken. Meine Reichweite für die Angriffe ist ein bisschen komisch. Also ich verklicke mich da jedes Mal. Oh nö. Ist eigentlich ganz okay. Was für uns? Ich brauche da irgendwie mal ein bisschen Mana-Regeneration. Oh, ich weiß was noch erwischt. Ah, das sind alles Fähigkeiten. Das sind natürlich praktisch, weil es einfach ist. Wieso könnte ich denn keine Punkte? Wow. Jungs. Sehr schön. Ich müsste mir ja mal irgendwie selbst helfen mit ein bisschen der Mana, aber gerade will das irgendwie nicht. Ich mulderung. Hm. Deine Top-Tower ist unter Attacken. Wow. Was war das denn für eine blöde Attacke? Natürlich. Die sind hier alles für Pings. Das ist total verwirrend. Sollen wir es mal sein lassen. Das ist natürlich gerade wieder Verhauen. Der Levelsteig, der war einfach gerade gar nicht. Ich brauche dich. Was war denn? Level 5 schon. Der Levelsteig, der ist unter Attacken. Ich gehe mit Ransom. Nein, malingere. Deine Mitte-Tower hat fallen. Wieso? Wieso kriege ich hier... Wieso kriege ich hier nichts auf die Reihe? Mein Levelsteig ja nicht mehr wirklich. Aus der Quarantin. Ja. Deine Top-Tower ist unter Attacken. Ah, na, Leben. Secret Shop 1100. Ah. Ich brauche jetzt erst mal... ... 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 Da bräuchte ich aber erstmal ein bisschen Gold. Gut, jetzt habe ich wenigstens mal ein bisschen leer. Ich brauche Gold, aber ich kriege das in der Mitte einfach gar nicht auf die Reihe. Was ist denn das? Ist das Ricky? Oh, das ist Ricky. Schön. Nein, 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 nein. Oh, ich marschiere einfach mal hier durch. Oh, Ricky, was machst du da? Ähm... Ich war kalt. Wird schlecht. Wir haben noch keine Schopenhäuser. Ich weiß, ich Alter... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich würde sagen, erst mal meine Attacke aufrüsten, wenn da sonst was kommt. Oh, Hannah, das ist echt ein bisschen durch. Yes. Alter, das Fliegenteil. Das fliegende Ding. Ah, nein, ich brauche noch. Mist. Ich brauche ein bisschen Gold. Das war jetzt nicht so gut, meiner Absicht. So, da ist der... Okay, bis ich da bin, habe ich die 1200 zusammen. Dann kriege ich erst mal Leben und Mana. Deine Mitte-Tower ist unter Atacke. Yes. Natürlich. Jetzt nehme ich erst mal zurück. So, was haben wir hier? Town Portal. Hm. Deine Top-Tower ist unter Atacke. Alle Attribute 5, Rüstung 5, Lebensregeneration, Aura, Heilung. Wow. 2300. Ich glaube, ich weiß, was ich mir als nächstes hole. Of course. Tja, die Empfehlungen sind gar nicht so schlecht. Da sollte man sich vielleicht ein wenig dran halten. Ich werde dich spielen. 1,37. Man sollte sich nicht immer dran halten. Ich denke mal, die Grundgegenstände... Hm, so lala. Was kann ich eigentlich hier mitmachen? Ah. Your Top-Tower has fallen. Sehr interessant. Oh nein, 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 nein. Nein, ich habe schon. Was kann niemand mehr nehmen. Okay, scheiße. So, für den direkten Kampf bin ich dann doch nicht geeignet. Aber nicht. 110, das ist nicht schlecht. Aber helfen tut mir das auch nicht wirklich. Und ich mache mich ab, wenn ich denn noch die Zeit dazu habe. Oh, da sind wir. Danke. Wieso ist der hier eigentlich? Unbehindert. Ich kann ja nicht noch duplizieren. Ich weiß nicht, aber ich schaffe den hier gar nicht. Zumindest noch nicht. Your Top-Tower is under attack. Zumindest noch nicht. Ich würde da jetzt auch mal hinrennen. Vector of infection. Ich muss ja noch hier kurz hier bleiben wegen der Heilung. Das ist blöd. Da hat man schon so viel an Heilung. Das reicht immer noch nicht ganz aus. Um mich in einer gewissen Zeit irgendwie mal auf die Reihe zu kriegen. Da sind sie, die zwei. Bin ich. Da oben bin ich. Komm, lass mich mal den Last, Last Hit machen. Ich bin langsam nicht ätzend. Ist das jetzt nicht. sondern das ist ein wenig. Your middle tower is under attack. Man, 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 man. Mega killers. So, ein bisschen was an... Oh, das Drachenfie ist fertig. Das ist sehr interessant. So, jetzt habe ich irgendwas mit der Sende, das muss ich noch mal durchlesen. Tja, ich bin vor der Schale. Schale fallen links. 30 Sekunden. Widerhand. Ach Gott. Bitte, wieder Einstiegszeit? Wenn man ihn währenddessen tötet, oder wie? Dann konnte ich es jetzt nicht wissen. Vielleicht noch mal lesen, wenn er wahrscheinlich wieder tot bin. Oder wenn ich warte. Nein, jetzt sind getötete Helden, aber 30. Bitte, bitte. Jedes Kilo mal Richtung der Staffel. Nee. Das ist krass. Wer ist das? Das ist ein Auseinander. Okay, ich versuch das gar nicht. Okay. Wo sind meine Jungs? Da kommen sie schon. Na, gleich da jetzt. Schön. Jetzt hat er sich stupliziert. Klasse. Solange ich jetzt erstmal nichts abbekomme, ist alles ein Off. Nein, ich bekomme zu viel ab. Ich muss gehen. Tut mir leid. Aber ich bin jetzt erstmal weg. Oh, wieso ist das so viel so groß? Und wieso sind beide so groß? Okay. Komm, Jungs. Haltet die mal ein bisschen auf. Selbst mit dem Tower im Rücken kann ich nichts anfangen, weil ich einfach keine Mana mehr habe. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Ich bin Keras. Ich bin Keras. RON